I'm at the tea like joy to speak from the chosen ones, cause every roadblock I see, I find a hole in one, I'm on the green but the bunkers... So, heute gerade in die Promos frisch reingerickt, gerickt-rigged, äh, mit nem schönen, saftigen Free Win, mhm, äh, so Gold 4 Promos, ey, finally out of Gold 5, hoffe ich jedenfalls, ich brauch keine Hilfe, äh, ich spiel Ayvan, was ziemlich stupid ist, wenn man mal so überlegt, dass ich nie Ayvan, spielen und dass meine Promos sind, äh, aber, äh, unser Team kommt, die macht's her, okay, SIX eigentlich nicht, aber Tristana, wenn die gefüttert ist, man, da läuft's richtig rum, was macht die Schlampe hier, ey, so, counter-duggling at is best, wir gehen rüber, und weg, fertig, so einfach ist der Laden, so einfach, eh, ist der fucking Laden, okay, uh, oh no, oh hell no, I'm stupid as fuck, bruh, Oh hell no, so was passiert, wenn man Ayvan first time spielt, im Ranked, in den Gold-Promos, war Botline schon wieder richtig juicy, cheesy, moosy, kousy, fest, 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 go all in, go all in, go all in, ja, 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 stopp, Ahem, ja, läuft schon mal ganz gut, äh, Botline stirbt, gleich First Blood gegen die Vayne, hätte ich grad Topline holen müssen, äh, Ölchü, êtes mir was ausgerutscht, äh, seien, WTF? Oh, lööööö! Komm, noch her, SIX SIX. Ühü ei. Das Item finisht man nicht, habe ich irgendwo mal gehört, wenn man Aiwan spielt. Also finischen wir es nicht, okay? Wir gehen an, Sansa, das Item ist broken. Wir gehen, protect the ADC, man. Schön, dass wir wieder even stehen, aber nicht CS. Alter, was ist hier los? Jungs, Jungs, Jungs! Meine Güte, kann doch nicht sein. Komm her! Was machst du? Six! Oh ja, perfekt. Ja, we fucking this motherfucker up. We fucking him up, nigga. We fucking this bitch, he ain't got no mana, dude. We fucking this bitch. Where you go, bruh? Where you go, bruh? Come on, come on, get him, man. What do you think you are, nigga? What the fuck, dude? Easy! Ich raste aus. Six, du scheiß vollidiot, alter. Du dreckiger vollidiot, alter. Oh, sie kam mir. Oh, sie ist fucking... I got you. I got you, boy. Get some out attacks off. Yeah, 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 yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Come here, baby. Come on, me, bruh. Oh, my God. Ha! Bitch. Oh, not again, bruh. Not a fucking again, dude. Oh, hell no. I'm missing. Oh, Jesus. Oh, Jesus? Is it him? Oh, jeez. Not again. Not a fucking again, dude. Not a fucking... She may get Tibbers out. But I'm here with the shields! Boop! I got you, bruh. I got you. I got you. Oh, Jesus. Okay, what the actual fuck was that, alter? What the fuck? oh wow oh wow oh wow äh oh 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 ich pick das ist ziemlich cancel oh nein warum 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 flash die da weg nö warum rennen oh oh nur in den promos spielen die leute auf einmal wieder wie junge götter alter holy fuck für gold 5 war das actually pretty pretty decent alter what the fuck so so wir sind jetzt in it to win it ähm gehen jetzt auf die bot lane also steht jetzt 1 1 in den promos und ich will eigentlich eher spielen ich feiere den champ obwohl mit ner soraka kann man auch was anderes spielen eigentlich soraka ist ziemlich sick da spielen mit draven alter ja man let's go baby let's go let's get this draven let's get some fucking clean ass shit ja man let's go let's go baby was für ne scheiße alter aber die haben drei piks von uns gebannt was ist denn das für ein schwachsinn mann wo gibt's denn die scheiße ach ja jetzt geht's schon los jetzt geht's schon los hier mit den debilenen hooks nice i like i like oh no was geht der top lane ab ich muss gar nicht wissen double kill gp okay das sieht man gerne why don't kill please don't be toxic it's my last game in the promos i don't want to lose it immer wieder immer wieder immer wieder immer wieder rosa rosa jester jester no jester 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 hier ist der Mieter mit der Noten besitzen um ein um ein nicht so gut nicht so gut hey du stupfst jetzt nicht auch mal ehhhhhhhhhhh eeeeehhhhh eeeeeh 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 das geht schon wieder los hier eeeeeh 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 Ey, dieses Game, es ist immer dasselbe Sobald du einmal die Promos hittest Die raffen alle was, Alter Der Toplaner raff was, der Midlaner raff was Die fucking Botlane, Alter Der Lee ist immer zum richtigen Zeitpunkt Botlane Immer wenn wir mal einen Step mehr drin sind Dann ist der Lee auf einmal da am Arschloch, Junge Und dann geht der da einfach nur noch rein, Junge Ey, dieses Spiel Es ist so Kälzer Naja, nix da Piss dich, Alter Ey, guck mal, wir schon Ich hab keinen Bock mehr Warum ist der schon wieder Botlane, Alter Und wieder die Ulti Mann, die haben alle einen Arsch Auf dem Gegner-Team Wenn ich Botlane gehe, dann fucken die mich richtig ab, oder was The best of Midlane What the fuck Fuck, Alter Dieser Jace, Mann Du dummer Huren Sohn, Alter Agruitär, Mann Was geht denn da im Kopf Was machst du da? Ey, bitte hol ihn Ey, wow Wuhu Is it him the roaming Fucking Jace, Alter Ich sag ja nicht, dass ich der übertriebenste Pro bin, Alter Und dass ich die fucking Gold Elo deserved hab, oder so Nicht deserved Aber hey Das dreckige Gefühl und AFK-GG Und zu schreiben so Ja, ich bin jetzt mal AFK Und ja, endes Fell Is it possible Hey, man Fucking Hook Ich bin raus Oh, mein Team geht rein Ich habe ein GP H inside enjoyed Indem T-T Euer ist ein GP Der GP, Alter, wie kann der denn gefeedet sein, Mann? Fiesta, Fiesta Mexicana, wenn zum letzten Tanz die Gitarre entlingt. Juanita, Pepe, ja die zwei, sagen noch einmal vorbei, wir machen Fiesta, Fiesta Mexicana, weil das bunte Leben die Liebe zu uns bringt. Adios, adios. Ah, war mein Fehler, ist mir gerade mal so aufgefallen, warum engage ich, wenn wir so fucking behind sind, Alter, warum engage ich da? Die gewinnen vier gegen fünf gegen uns, vier gegen fünf gewinnen die gegen uns. Actually, actually, what the fuck. Oh man, was ist es inzwischen wieder? Oh, der Hulk. Der fucking Hulk und der trifft mich auch noch, ich weiß nicht. Der trifft mich auch noch. Oh man, oh man, oh man, oh man, ich liebe League. Ich liebe League, Alter. Ich liebe League, ich liebe League. Ich liebe League. Ja, Mann. Hardstack forever. Gutes Game, auf jeden Fall. Grüße gehen raus, Alter. Drecks Game, Alter. Holy shit. Fuck, Alter. Oh, you have been unsuccessfully completing your series. Shut the fuck up, dude. So ein Drecks Game aber auch. Oh man, 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 oh Mann. 62 LP. Oh.